Jetzt wird es kompliziert. Die vier Reiter sind auch in Wrath of the Lich King nicht ohne, aber das Wichtigste nun zuerst. Jeder Reiter hat eine eigene Fähigkeit und wirkt zudem alle 15 Sekunden sein eigenes individuelles Mal auf alle Spieler, welche sich in Reichweite von 45 Metern befinden. Die Male stacken im 15 Sekunden Abstand und machen jedes Mal deutlich mehr Schaden. Beim ersten Mal bekommt ihr 650, beim zweiten dann 1950 und beim dritten 4550 und so weiter. Nach drei bis vier Stacks solltet ihr den jeweiligen Reiter verlassen, da jedes weitere Mal euch umbringen könnte. Anders als in Vanilla positionieren sich die Reiter beim Pull automatisch. Cortaz läuft ins linke Eck beim Eingang, Baron Totenschwur ins rechte Eck, Celiac nach hinten rechts und Lady Blumeau nach hinten links. Cortaz und Baron Totenschwur greifen direkt den ersten nahen Spieler an, wobei Celiac und Blumeau an deren Position stehen bleiben. Werden die beiden allerdings nicht getankt, geraten sie in ein Enrage und verursachen raidweiten Schaden. Beim Pull ist es also wichtig, dass jeder seine Position kennt. Schickt am Anfang zwei Fernkämpfer mit genügend Leben und zwei Heiler nach hinten, sodass sich diese um Celiac und Blumeau vorerst kümmern. Falls diese zu viel Stacks des jeweiligen Males bekommen, tauschen diese die Bosse. In der vorderen Hälfte sammelt sich der Rest bei Cortaz und ein Tank zieht, am besten mit einem Heiler im Schlepptaub, Baron Totenschwur zu Cortaz. Jetzt heißt es kuscheln und zwar alle, bis auf die beiden Tanks natürlich, um den Schaden des Meteors zu verteilen. Zieht eure Cooldowns und haut erst Cortaz und dann Totenschwur um. Danach geht ihr zu Blumeau, passt auf, dass ihr nicht in ihrer Zone der Leere steht, hier wieder goldene Regel WLW und so und zum Schluss rüber zu Celiac. Schickt ihr nicht zu viele Millis an Celiac ran und steht als Fährkämpfer und Heiler weit genug auseinander, sodass ihr nicht von Heiliger Zorn, welcher von Spieler auf Spieler übertrifft, getroffen werdet. Solltet ihr zu viele Male eines Bosses haben, geht in die Mitte und wartet ab, bis diese auslaufen.